Die Hitzewelle Corina erreicht in den kommenden Tagen ihren Höhepunkt. Damit sind Höchstwerte von bis zu 36 Grad möglich. Am Montag gibt es somit verbreitet Höchstwerte um oder über 30 Grad. Am heißesten ist es dabei am Niederrhein, im Ruhrgebiet und in Teilen des norddeutschen Tieflandes. Dort sind bis zu 34 Grad zu erwarten. Am Dienstag gibt es dann in tiefen Lagen verbreitet Höchstwerte von mehr als 30 Grad. Dabei kann es am Niederrhein, im Ruhrgebiet und im Münsterland sogar für extreme Hitze, das heißt für Höchstwerte von etwa 35 Grad, reichen. Noch heißer wird dann der Mittwoch. In zahlreichen Tieflagen besteht dann die Gefahr von extremer Hitze um 35 Grad. An der Spitze können es dabei durchaus 36 Grad sein. Sogar in den etwas höheren Lagen wird dann teilweise die 30 Grad Marke geknackt.